So, und schon geht es weiter mit dem nächsten Panel, auch ein Schlachtfeld, könnte man sagen, das Thema Prostitution. Ich stelle Ihnen kurz vor, mit wem wir hier darüber reden. Das ist einmal Ronja Wolf. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist, aus Berlin gekommen. Sie ist Studentin und war seit ihrem 20. Lebensjahr in der Prostitution, mehrere Jahre, und ist 2017 ausgestiegen und engagiert sich seit einiger Zeit im Netzwerk Ella, das ausgestiegene Prostituierte gegründet haben. Und darüber wird sie uns gleich erzählen. Hier sitzt Sabine Konstabel, die seit ungefähr drei Jahrzehnten an der Front mit Prostituierten arbeitet, als Streetworkerin in Stuttgart. Und sie ist außerdem Mitgründerin und Vorsitzende des Vereins Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution. In der Mitte Helmut Spohrer, wir würden sagen Kommissar, die Verwaltung sagt Kriminaloberrat, das klingt ja auch sehr schön, aus Augsburg. Er hat 17 Jahre, er ist natürlich sehr, sehr, sehr lange Polizist gewesen, inzwischen pensioniert, hat 17 Jahre lang im Bereich organisierte Kriminalität gearbeitet. Zu diesem Bereich gehört eben auch der Bereich Menschenhandel, der, wie wir von ihm auch gleich hören werden, ganz, ganz eng und eigentlich untrennbar mit der Prostitution verbunden ist. Ja, Applaus. Ja, 50 Jahre Frauenbewegung. Prostitution ist sehr schnell auch zu einem Thema der Frauenbewegung geworden. Spätestens 1977 stand das massiv im Raum. Gehört auch zu den Themen, zu den vielen Themen, über die Emma sehr, sehr früh geschrieben hat, schon in der ersten Ausgabe 1977. Und es gab recht schnell zwei Positionen zum Thema. Die eine war, Prostitution ist ein System, das dazu da ist, Männern die permanente sexuelle Verfügung über Frauenkörper zu garantieren. Und sie ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Und das bedeutet, dass es keine gleichberechtigte Gesellschaft geben kann, in der Prostitution anerkannt ist und ein Beruf wie jeder andere. Die andere Position war, Prostitution ist sexuelle Selbstbestimmung. Jede Frau kann mit ihrem Körper schließlich machen, was sie will. Und die Hausfrau, das war ja damals großes Thema, die Abhängigkeit, die finanzielle Abhängigkeit der Hausfrauen, die von ihrem Ehemann abhängige Hausfrau prostituiert sich im Grunde genommen ja auch. Und warum dann nicht gleich Geld dafür verlangen? Denn das ist ja im Grunde genommen dann emanzipierter, als es umsonst zu machen. Daraus folgte dann die Haltung, Prostitution ist eigentlich ein Beruf wie jeder andere. Und wichtig war dann immer diese Unterscheidung zwischen der unfreiwilligen Prostitution, also der erzwungenen, mit Gewalt erzwungenen Prostitution, und der sogenannten freiwilligen Prostitution. Das sind so grob die beiden Positionen. Seit 2002 ist ja in Deutschland Prostitution nicht mehr sittenwidrig. Und mit der Reform, die damals die rot-grüne Regierung auf den Weg gebracht hat, wurde auch ein wichtiger Straftat bestanden, nämlich die Förderung der Prostitution, abgeschafft, was bedeutet, dass Prostitution im Prinzip legalisiert ist und quasi als Beruf wie jeder andere gilt. Sprung zu heute. Es gibt heute, kann man sagen, drei Positionen. Einmal haben wir immer noch die ganz offensive Propagierung der Prostitution als Beruf wie jeder andere. Gerne durch die Prostitutionslobby mit Verbänden, die sich Berufsverband nennen, Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen, da sehen wir schon, wie da die Haltung ist. Und diese Berufsverbände, die sogenannten Berufsverbände, fordern unter anderem eine Abschaffung aller Sondergesetze, wie sie es nennen, also zum Beispiel ein Verbot der Strafbarkeit, oder andersrum, eine Aufhebung der Strafbarkeit von Zuhälterei. Denn das kann man ja ganz normal über andere Gesetze regeln. Es hat sich, gerade auch in den letzten Jahren, aber doch immer mehr die Erkenntnis durchgesetzt oder immer mehr Menschen haben erkannt, dass Prostitution in großen Teilen in Deutschland Armutsprostitution ist und auch sehr viel mit Gewaltverhältnissen zu tun hat. Und hier haben wir viele Beratungsstellen zum Beispiel, die sagen, ja, Prostitution ist im Prinzip für sehr, sehr, sehr viele Frauen problematisch und wir wollen da auch beim Ausstieg helfen. Aber wir sind dagegen, Prostitution zu verbieten, beziehungsweise den Kauf der wahre Frau zu verbieten. Denn das bedeutet, aber da kommen wir gleich auch noch drauf, dass sie dann in die Illegalität rutscht und dann, das können wir nicht wollen, weil wir die Frauen dann nicht mehr erreichen. Und die dritte Position, und das wissen, glaube ich, alle, die hier sind, ist auch die, die Emma vertritt, ist die einer Forderung nach der Ächtung von Prostitution und wohlgemerkt des Systems Prostitution, nicht der Prostituierten. Und das ist nicht dasselbe. Und Prostitution als Verstoß gegen die Menschenwürde zu betrachten und vor allen Dingen auch als einen Verstoß gegen die Gleichheit der Geschlechter. Männer kaufen Frauen, manchmal auch Männer. Diejenigen, die sich prostituieren, sind in aller Regel Frauen, manchmal auch Männer. Und sie kommen in aller Regel aus den ärmsten Ländern Europas und der Welt. Die dritte Position bedeutet, dass wir die Forderung aufstellen, dass wir dieses System bekämpfen müssen. Und zwar, indem wir da ansetzen, wo die Nachfrage entsteht, nämlich beim Freier. Denn ohne Freier wird die wahre Frau nicht angeboten. Da gibt es das sogenannte nordische Modell, das als erstes 1999 von Schweden eingeführt wurde. Schweden hat gesagt, wir entkriminalisieren die Prostituierten. Die haben nichts zu befürchten bei dem, was sie da tun. Wir leisten ihnen maximale Ausstiegshilfe und wir bestrafen die, die dieses System der Ausbeutung von Frauen und des Menschenhandels fördern, nämlich die Freier. Dieses sogenannte schwedische Modell heißt inzwischen nordisches Modell, weil es immer mehr Länder zunächst im Norden übernommen haben. Norwegen, Island und jetzt aber auch in den letzten Jahren immer mehr, Frankreich, Irland, zuletzt Island, Kanada hat es auch. So, über dies möchten wir jetzt reden. Wir haben hier, das kann ich gleich vorausschicken, drei Vertreter und Vertreterinnen des nordischen Modells auf diesem Podium. Und wir hätten das gerne anders gehabt. Wir hätten gerne eine Teilnehmerin einer Beratungsstelle dabei gehabt, die mit den Frauen arbeitet und Ausstiegshilfe leistet und die aber nicht das nordische Modell vertritt. Es ist uns leider nicht gelungen, eine zu finden. Wir haben ab Juli angefangen, danach zu fragen, vor allen Dingen beim Sozialdienst katholischer Frauen, der ja im Prinzip sehr gute Arbeit für die Frauen in der Prostitution leistet. Und wir haben reihenweise Absagen bekommen. Wir bedauern das, denn wir hätten uns hier gerne direkt miteinander auseinandergesetzt. Aber jetzt freuen wir uns, dass wir diese drei Gäste hier haben, mit denen wir jetzt ins Gespräch kommen möchten. Ronja, ich würde gerne mit dir beginnen. Erzähl uns doch bitte von deiner Geschichte. Wie bist du in die Prostitution gekommen? Was hast du dort erlebt? Und wie hast du den Ausstieg geschafft? Sprich einfach mal rein. Ich glaube, das wird dann... Jetzt? Ja, okay. Ja, hallo. Ich will vorher sagen, dass ich stottere. Und gerade jetzt, wenn ich vor so vielen Menschen spreche, kann das natürlich dann immer mal sein. Also ja, nur damit ihr dann Bescheid wisst. Genau, also ich... Du hast ja schon gesagt, dass ich seit meinem 20. Lebensjahr quasi da drin war. Ich war dann auch ein Jahrzehnt lang in der Prostitution mit mehreren Pausen zwar, aber eben doch über so eine lange Spanne. Und wie es dazu gekommen ist? Ja, also ich gehöre zu den sogenannten Freiwilligen, weil ich mich eben selbst dafür entschieden hatte. Ich hatte auch nie einen Zuhälter, nie einen sogenannten Lavaboy. Aber es gab bei mir eben doch Faktoren, die ich heute als sehr ursächlich sehe. Also ich komme aus einem sehr gewalttätigen Elternhaus. Da kommt auch mein Stottern her. Ich bin groß geworden mit permanenter Todesangst und Gewalt. Und in meiner Jugend habe ich dann auch eine schwere Bulimie entwickelt, die dann natürlich auch einen finanziellen Druck mit sich gebracht hat. Und ja, kurz vor meinem 20. Geburtstag ist es dann zu Hause so eskaliert, dass ich auch den Kontakt mit meiner Familie dann komplett abgebrochen hatte. Und dann stand ich da. Und dann war die Sache natürlich, dass ich eben groß geworden bin, wo es auch schon die entsprechenden Medien gab. Also ich weiß noch, dass es damals halt Talkshows gab, in denen Prostituierte gesprochen haben. Dass es irgendwelche Reportagen bei Privatsendern gab, die eben doch mir auch das Bild transportiert haben, dass es ja sogar eine emanzipatorische Geschichte sein kann, wenn man sich eben selbst dafür entscheidet. Und das war, glaube ich, da auch ein wichtiger Grund bei mir. Und dann habe ich eben auch durch meine Familie durchaus auch ein sehr sexistisches Geschlechterbild kennengelernt. Und ich habe gelernt, dass eine Frau sich eben durch ihre Sexiness definiert und dass mir das irgendwie auch einen Wert gibt. Und dann, als ich dann reingeraten bin, war es auch so, dass ich da auch eine Menge Selbstwert generieren konnte, vermeintlich. Weil ich auch dann so dachte, ja, ich bin Stottererin, ich habe die Schule abgebrochen. Aber hier habe ich eine Menge Wert. Und das habe ich dann eben ganz, ganz lange, jahrelang gemacht. Wie gesagt, nicht durchgängig und auch nicht ständig sehr, sehr regelmäßig. Aber ich bin eben doch dabei geblieben und habe mich damals auch sogar in meinen Zwanzigern als Pro-Prostitutions-Lobbyistin verstanden. Dann kam noch dazu, dass ich auch in Subkulturen unterwegs war, in denen Hedonismus quasi zum Selbstverständnis gehört hat. Ja, und dann begann das aber so langsam vor viereinhalb Jahren, dass ich doch mehr und mehr mit feministischen Ideen konfrontiert worden bin, die dazu geführt haben, dass ich das mehr und mehr hinterfragen konnte. Also war das denn so freiwillig? Ja, wer profitiert? Was macht das mit mir? Also so mit meiner Tüche und mit meinem Körper. Und auch, also ich hatte dann verstärkt, weil ich eben hauptsächlich Hausbesuche gemacht hatte. Ich hatte dann auch nach mehreren Jahren immer so diese steigende Panik in mir, wenn ich dann nach Hause gegangen bin, dass ich so dachte, ja, also es ging jetzt bei mir so viele Jahre gut, das kann nicht mein Leben lang gut gehen, denn es werden Prostituierte so viel häufiger ermordet als Frauen, die nicht in der Prostitution sind. Ja, und das ist ja schon eigentlich ein Indiz, dass es gar kein Beruf wie jeder ein anderer sein kann. Ronja, darf ich kurz nachfragen? Du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, ich habe dann gesehen, was macht es mit meiner Psyche und mit meinem Körper? Was hat es denn mit deiner Psyche und deinem Körper gemacht? Ja, also ich hatte ja schon vor der... Na, also ehe ich dann begonnen hatte, eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung und ich habe jetzt im Rückblick eben gemerkt, dass die Prostitution sehr, sehr stark daran beteiligt war, dass ich die, ja, auch die ganzen Jahre lang nie gut überwinden konnte und sich die noch mehr erhärtet hatte, weil ich eben, ja, diese Dissoziation eben brauchte. Also das, was ich in der Prostitution gemacht habe, was da mit meinem Körper gemacht wurde, dass ich das eben trennen kann, also abspalten kann. Und ja, also ich muss sagen auch, ich bin seit 2017, seit ich dann eben rausgegangen bin, so viel mehr stabil geworden, das hätte ich in den ganzen Jahren nie gedacht, dass ich nochmal so einen Heilungsweg gehen kann. Aber während ich eben da drin war, war das eben ein permanentes Spalten in mir. Was machst du heute? Ja, also ich bin heute Studentin, ich bin Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung und da ist es ja auch bei uns linksintern nun leider ein sehr, sehr großes Diskussionsthema, aber auch da merke ich, dass ich da in den Dialog langsam gehen kann. Das ist sehr schön. Ich bin, wie du ja gesagt hast, im Netzwerk Alley jetzt aktiv. Wir sind eine Gruppe, in der nur Betroffene sich eben engagieren, weil wir eben auch da mit uns einen Schutzraum geben. Und ich bin jetzt auch in dem neu gegründeten Bündnis nordisches Modell und ja, auch da entsprechend politisch für das nordische Modell. Ja, ihr könnt es euch denken. Vielen Dank, Ronja. Was ihr im Netzwerk Ella macht, dazu hören wir später nochmal von dir. Sabine, Ronja ist eine deutsche Prostituierte gewesen, die das freiwillig gemacht hat, wie es so schön heißt. Was freiwillig heißt, auch darüber reden wir gleich noch. Du arbeitest ja vor allen Dingen mit Frauen, die aus einem Ausland kommen, aus Osteuropa. Kannst du uns mal von denen erzählen? Wer sind die und wie arbeitest du mit denen? Wie unterstützt du die? Ich erzähle sehr gerne von diesen Frauen. Ich mache das so gerne, weil man sie in der Öffentlichkeit so überhaupt nicht hört. Und wenn wir über Prostitution etwas hören in der Öffentlichkeit, dann sind das ganz oft Frauen, die in dieser Kultur zu Hause sind, die sich auskennen, die die Sprache sprechen. Und natürlich können die sich viel einfacher äußern, als eben eine 18-jährige Rumänin, die nur zwei Wörter kann. Ich arbeite mit Frauen aus Südosteuropa, ich würde sagen, irgendwie zu 95 Prozent, weil sie 95 Prozent irgendwie des Marktes ausmachen. Und es sind diejenigen Frauen, die vor allem in den Bordellen sind und in den Prostitutionsobjekten, heißt das, also in den Wohnungen in der Stadt verteilt. Die deutschen Frauen, die es ja auch gibt und die auch Kontakt zu uns haben, es sind Frauen, die oft in der eigenen Wohnung arbeiten. Oder aber fast alle der Frauen, der deutschen Frauen in der Prostitution, die arbeiten im Nebenerwerb in der Prostitution. Also die haben einen Job, mit dem ist die Wohnung gesichert, mit dem sind sie krankenversichert und Prostitution ist ein Zubrot. Und das ist natürlich eine völlig andere Lebenssituation, irgendwie, die die Frauen haben, als eine 18-jährige Rumänin. Angefangen hat es mit der EU-Osterweiterung. Da hatten wir erstmalig die Situation, das war ja gleichzeitig irgendwie mit dem Prostitutionsgesetz, mit der Liberalisierung der Prostitution. Und auf einmal irgendwie waren ganz viele Frauen da, die mit der Prostitution die Möglichkeit hatten, in den reichen Westen zu gehen und da vermeintlich schnell Geld zu verdienen. In der Anfangszeit war das ja so, dass die Frauen gar nicht abhängig beschäftigt tätig werden konnten. Also die konnten nicht zum Discounter an die Kasse, sondern sie durften nur selbstständig sein. Und Prostitution galt schon damals als selbstständige Tätigkeit. Die Frauen haben jetzt, und die ganzen Osteuropäerinnen, mit denen ich zu tun habe, die wachen nicht eines Morgens zu Hause auf und überlegen sich, was werde ich denn? Werde ich Lehrerin, Bankkauffrau oder Prostituierte in Deutschland? So ist es nicht. Sondern die leben zumeist in Familienverbünden, in Gruppen, die bildungsfern sind, die sehr patriarchal strukturiert sind. Die Frauen, die in der Prostitution landen, haben Diskriminierungs-, Ausgrenzungserfahrungen, Gewalterfahrungen schon im Herkunftsland. Und dann sind sie in einem System, in dem sich rumgesprochen hat, das ist ganz einfach, Geld zu generieren, wenn wir unsere Schwester, unsere Tochter, unsere Cousine, wenn wir mit der nach Deutschland fahren und sie da irgendwie in die Prostitution vermitteln. Und so werden die Frauen irgendwie von Südosteuropa begleitet, irgendwie zumeist von Brüdern, von Cousins, von Vätern, von Onkeln, werden in die Prostitution gebracht, werden im Bordell abgestellt und die Männer sitzen in den Cafés drumherum und warten darauf, dass die Frau ihnen das Geld bringt. Das ist die Lebenssituation der allermeisten Frauen in der Prostitution. Wir sehen das und wir nehmen Kontakt zu den Frauen auf. Also ich bin ja auch Vorstand von Sisters, ein Verein, der bundesweit Frauen beim Ausstieg hilft. Wir werden angeschrieben, wir werden angerufen. Wir haben viele Ortsgruppen, die in die Bordelle gehen und Kontakt zu den Frauen aufnehmen und sagen, schau mal, wenn du da raus möchtest, da gibt es eine Möglichkeit, wir helfen. Und wir machen rundweg die Erfahrung, dass jede Frau raus möchte. Einfach jede. Wir haben noch keine und ich habe noch keine Frau getroffen, die gesagt hat, ich habe hier meinen Traumberuf gefunden und ich will da drin bleiben. Sondern immer wird beim Einstieg schon der Ausstieg mitgedacht. Also ich arbeite, um die und die Notlage zu überwinden. Ich arbeite, weil meine Oma krank ist und eine Operation zahlen muss. Solche Sachen. Aber sobald es erledigt ist, gehe ich wieder raus. Weil Prostitution ist keine Arbeit. Wenn ich die Frauen frage, ist es denn ein Job, was du da machst? Dann sagen sie, wie kommst du da drauf? Also die finden das völlig idiotisch zu behaupten, dass Prostitution oder das, was sie da tun, eine Arbeit wäre. Sie sagen, das ist eine Vergewaltigung, für die ich bezahlt werde. Ich halte den Mund, weil ich kriege Geld. Aber es fühlt sich an wie eine Vergewaltigung. Und das finde ich so erstaunlich irgendwie. Diese ganz jungen Frauen jetzt, die erzählen genau das Gleiche, was mir Frauen vor 35 Jahren schon erzählt haben. Auch die haben schon gesagt irgendwie, in der Prostitution, der Schwanz berührt die Seele, da kannst du dich einfach nicht mehr schützen. Das ist das irgendwie, das ist immanent. Das ist Prostitution. Alles andere ist Schönfärberei. Und ich kenne so viele Frauen, die eine Phase haben und sagen, okay, jetzt packe ich es gerade. Ich komme gut zurecht. Ich verdiene auch ein bisschen. Aber wenn ich dann die Frauen weiter begleite und dadurch, dass ich ja schon so lange im Geschäft bin, kenne ich die Frauen ja 5, 10, 20. Manche Frauen kenne ich 30 Jahre lang. Und ich sehe, wie das ausgeht. Und es geht immer und immer und immer schlecht aus. Nie kommt eine Frau aus der Prostitution heraus und ist dann reicher, glücklicher, gesünder, hat mehr Kompetenzen. Nie. Nach der Prostitution ist man ärmer, beschädigter, gesundheitlich angegriffener, verwundeter. Das ist ein Verlustgeschäft. Das ist ein ganz großes Verlustgeschäft für jede Frau. Herr Spohrer, ich habe es gerade schon gesagt, Sie waren 17 Jahre lang im Rotlichtmilieu unterwegs. Können Sie uns mal bitte von Ihren Erfahrungen erzählen? Welche Frauen treffen Sie dort in den Bordellen? Oder haben Sie getroffen? Hört man mich? Ja. Also eigentlich bin ich seit Anfang der 90er Jahre beruflich mit dem Thema Prostitution und Menschenhandel betraut. Viele Jahre als Sachbearbeiter in diesem Deliktsbereich. Und die letzten 17 Jahre war ich Leiter eines Fachkommissariats, in dessen Zuständigkeit auch die Verfolgung von Menschenhandel und Überwachung der Prostitution fällt. Seit gut einem Jahr bin ich pensioniert und kann jetzt auf die Vergangenheit zurückschauen. Wenn man jetzt die ganzen letzten ca. 30 Jahre Revue passieren lässt, hat sich die Situation in der Szene grundlegend geändert. Ich ergänze jetzt ein bisschen die Aussagen von Frau Konstabel. Anfang der 90er Jahre, als ich auch schon Bordellkontrollen durchgeführt habe, gab es eigentlich fast nur deutsche Frauen, die man angetroffen hat. Und es war nie gut, möchte ich sagen, aber die Verhältnisse heutzutage sind noch wesentlich schlimmer wie damals. Die Frauen zum Beispiel hatten nur die Möglichkeit, ich sage mal auf Sex ohne Kondom zu verzichten, das abzulehnen. Oder es war damals absolut verbönt, dass sich eine Frau von einem Freier küssen lässt. Es waren so Standards eben zum Schutz der Frauen. Die Frauen waren auch regelmäßig beim Gesundheitsamt. Die haben das befürwortet und haben sie sicher gefühlt, denn die Gesundheit war doch damals schon ihr höchstes Gut. Es war, ich will nichts beschönigen, aber damals noch einigermaßen geordnet. Und auch keine Frau wohnte damals im Bordell. Die hatten alle eigene private Wohnungen und fuhren zur Tätigkeit ins Bordell und dann zurück. Also es war ganz anders wie heutzutage. So die Wende hat sich dann in den Jahren 2001, 2002, 2004 ergeben. Frau Louis hat es schon erwähnt, also da gab es dann gesetzliche Veränderungen. Das Prostitutionsgesetz, auch verschiedene Straftatbestände wurden abgeschafft oder entschärft. Gleichzeitig wurden den Bordellbetreibern mehr Rechte eingeräumt per Gesetz. Und das hat dazu geführt, dass hier die Bordellstruktur sich geändert hat. Es sind große Bordelle entstanden, weil eben mit der neuen Rechtslage diese Geschäftsmodelle dann auch erlaubt waren, im Gegensatz zu früher. Und in Kombination mit der EU-Osterweiterung 2004 und auch 2007 hat sich eine negative Spirale in Gang gesetzt. Die Desolatenverhältnisse haben dann damit begonnen, die dann später eben kritisiert wurden. Die EU-Osterweiterung, die natürlich auch schon 2002 zu erwarten war, hat dazu geführt, dass eben ein Massenansturm an Frauen aus Südosteuropa gestartet wurde. Die meisten kamen nicht aus eigenem Antrieb, sondern eben wurden geködert. Und von Gruppen, von Zuhörtergruppen, von Schleusergruppen, die hier ein riesiges Gewinnpotenzial gesehen haben, und nach Deutschland und die anderen Länder wie Österreich und die Schweiz gefahren und nutzen im Zusammenbrücken mit den Bordellbetreibern die neue Rechtslage aus, um hier eine richtige, wie soll man es mal, Prostitutionsindustrie in Gang zu setzen. Und wenn man heute in die Bordelle schaut, dann findet man einen ganz anderen Frauentyp. Grundsätzlich viele natürlich in den Massenbetrieben bis zu 100 Prozent an nichtdeutschen Frauen, die meisten aus Südosteuropa. Die Hauptherkunftsländer sind bekanntermaßen Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Es gibt nämlich auch einen relativ hohen Prozentsatz an Frauen aus Westafrika und im minderen Maße auch aus Asien. Aber die Frauen aus Südosteuropa machen mit Abstand die größte Gruppe aus. Die haben nicht auch den Vorteil mit der Freizügigkeit. Sie sind EU-Angehörige, können ohne irgendwelche Beschränkungen hier arbeiten oder, was vielleicht präziser ausgedrückt ist, von den Hinterleuten zum Arbeiten geschickt werden. Die meisten dieser Frauen arbeiten und wohnen, ich möchte ja, wohnen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sie leben auch im Bordell, viele trotz der Änderung vor einigen Jahren noch im gleichen Zimmer wie vorher. Sie sind zum ersten Mal im Ausland, sie haben keine oder nur rudimentäre Deutschkenntnisse. Viele wissen überhaupt nicht, wo in welcher Stadt sie arbeiten. Die Zuhältergruppen, die die Geschichte lenken, die führen sie alle paar Wochen von Stadt zu Stadt, um eben hier die Bordelle in einer anderen Stadt mit neuen Frauen, neuen Gesichtern und auch vor allem neuen Körpern auszustatten. Die Frauen werden auch immer jünger, Feststellung aus langjährigen Bordellkontrollen, weil eben der jugendliche, kindliche Typus beim Freier immer mehr gewünscht wird. Und die, ich nenne es mal mit Konfektionsgrößen, 32, 34, wenn ein Zuhalter oder ein Menschenhändler solche Frauen im Portfolio hat, dann ist er gut bestückt, dann macht er die maximale Rendite. Also wir haben oft Frauen, ich habe es selber x-mal gesehen, Mädchen gesehen, die sind 1,50 groß, 18 Jahre, mit sehr bescheidener Allgemeinbildung, 45 Kilo schwer. Also da denkt man automatisch an Kindsmissbrauch, wenn man sich dann vorstellt, dass eben diese Frauen dann mehr oder weniger 24 Stunden im Bordell eben gekauft und verkauft werden. Die Fluktuation ist sehr groß, das Thema Frischfleisch durch die Freiheit, dieses üble Wort kennen Sie sicherlich, das ist auf dem Markt also ganz wichtig, um eben als Bordell attraktiv zu sein, immer neue Gesichter zu zeigen. Ja, und mit der neuen Gruppe von Frauen kommen die viel schwerer ins Gespräch, sie sind konditioniert, sie haben Angst, sie werden niemals zugeben, wenn man bei Bordellkontrollen fragt, sind sie freiwillig hier oder haben sie irgendwelche Zwänge. Die werden immer den Stereotypen satt sagen, ich bin freiwillig hier, obwohl ich vielleicht gar nicht genau weiß, wo ich bin und obwohl die Frauen nicht erklären können, wie sie hergekommen sind und so weiter und so fort. Aber es ist naiv zu glauben, dass Frauen sich, auch wenn sie eindeutig Opfer sind von ihren Kriterien her, dass Frauen sich bei diesen Gelegenheiten outen, weil sie viel zu viel Angst haben vor den Repressalien durch Zuhalter, entweder gegen sie selbst oder gegen die Familien im Heimatland. Da würde ich gerne kurz einhaken, denn man hört ja sehr oft das Argument, ja, da gibt es ja ganz klar abgegrenzt zwei Gruppen. Die eine Gruppe Prostituierte ist die, die das freiwillig macht. Und dann gibt es auf der anderen Seite, haben wir ja Gesetze gegen Zuhälterei und Menschenhandel. Und da heißt es ja immer, ja, da haben wir so 800 Verfahren im Jahr und es kann ja verfolgt werden und wird ja auch verfolgt. Und damit ist es doch eigentlich gut. Das sind jetzt zwei große Bereiche. Einmal die Freiwilligkeit und zum anderen die Möglichkeit, hier Missstände verfolgen zu können. Ich fange mal mit dem zweiten an. Ja, die Gesetze, Zuhalterei, Menschenhandel und so weiter, die sind insgesamt äußerst unpraktikabel, trotz mehrerer Reformen also nur ganz schlecht anwendbar. Weil, und wie Sie sagen, wir haben auf der einen Seite die Mehrzahl der Frauen, die überwiegende Mehrzahl der Frauen in den Modellen, die entsprechenden typischen Opferkriterien, auch ein Laie, der die Frau sieht, wenn Sie jetzt ins Porträt gehen könnten und die Frauen mal anschauen können, dann ist Ihnen klar, diese Frau ist nicht selbstbestimmt. Die hat jemand, der sie lenkt, die ist nicht freiwillig dort. Das sieht man einfach aufgrund der Persönlichkeitsstruktur der Frauen und so weiter und so fort. Und es ist mittlerweile auch politisch ein großer Konsens da, dass die Mehrzahl der Frauen eben unfreiwillig hier arbeitet und hier lebt und nicht dem Typus der selbstbestimmten Prostituierten entspricht, dem man sich gemeinhin vorstellt. Das ist die eine Seite. Bei geschätzt 200.000 bis 400.000 Frauen, die in Deutschland arbeiten, genau weiß das niemand, trotz des neuen Gesetzes. Auf der anderen Seite haben wir, das kann man jeder im BKA-Lagebild Menschenhandel nachlesen, 400.000 bis 500 Verfahren im Jahr, Verdachtsfälle, die polizeilich und juristisch verfolgt werden. Es werden im 10-Jahres-Vergleich die Verfahren immer weniger und letztes Jahr waren es, glaube ich, noch gut 300 Verdachtsfälle. Da klafft also eine unglaubliche Diskrepanz zwischen der Lage vor Ort, sage ich, in den Bordellen und den offiziellen Zahlen. Und das rührt natürlich, und ich muss dazu sagen, das sind Verdachtsfälle, diese 300 bis 400 Fälle pro Jahr, die das BKA hier auflistet. Nur ein Bruchteil davon wird auch verurteilt, weil eben die Beweisführung so extrem schwierig ist. Und ein hoher Prozentsatz dieser Fälle wird eben vorher eingestellt, weil eben bei Gericht dann die verurteilungswürdigen Kriterien fehlen. Ich komme gleich noch darauf, an was das liegt. Also die Gesetze sind letztlich ganz schwer anwendbar. Und ein großes Problem bei diesem Deliktsbereich ist auch der Personenbeweis. Es gibt kaum ein Verfahren, das erfolgreich mit einer Verurteilung für die Täter ändert, in dem die Frau nicht vor Gezüglich bei der Polizei und dann später bei Gericht ihr Erleben, ihre Ausbeutung und ihre Situation berichten muss. Und das ist sehr, sehr schwierig, dass eine Frau das auf sich nimmt. Und ich habe das sechsmal selbst erlebt bei Gericht, die Frauen werden dann wirklich, wie man landläufig sagt, oftmals durch die Verteidigung, durch die Rechtsverwerte der Angeklagten richtig durch den Wolf gedreht. Und müssen von innen nach außen gedreht, müssen über Stunden dann unangenehme, auch intime Fragen beantworten. Ähnlich auch im Bereich Vergewaltigung, was heute Vormittag das Thema war. Und ich gehe davon aus, eine Frau, die einmal so eine Gerichtsverhandlung erlebt hat, die wird das nie mehr ein zweites Mal machen wollen und wird sich nicht mehr als Zeugin zur Verfügung stellen, leider. Wir ermutigen die Frauen in der Arbeit, immer Anzeige zu erstatten. Wir sagen immer, wenn du richtig rauskommst, dann versuchst du mit der Polizei für mal ein Informationsgespräch. Wahrscheinlich ist das die beste Möglichkeit, aus so ganz konkreten Zwängen zu kommen. Und wir hatten, ich erinnere mich gut, an eine junge Frau, die tatsächlich angezeigt hat, ein Mitglied aus ihrem Familienclan, das sie in die Prostitution gebracht hat und damit Gewalt festgehalten. Und diese Frau hat angezeigt, ist dann aber, hat die Polizei erzählt, zwei Tage später wiedergekommen und hat die Anzeige zurückgezogen. Und ich höre von der Polizei, dass das die Regel ist. Die Frauen zeigen immer mal wieder an, ziehen dann aber zurück. Und diese eine Frau hat zurückgezogen, weil sie einen Anruf gekriegt hat von ihrer Familie zu Hause, dass ihrem kleinen Bruder die Beine gebrochen wurden. Und dann ist das natürlich unglaublich schwierig. Die Zuhälter kommen aus dem, ganz oft irgendwie aus derselben Großfamilie und kommen sie nicht aus der eigenen Familie. Dann kommen sie aus dem Dorf oder aus der Stadt. Und alles da wird sanktioniert. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Grund, weshalb es so wenig Verfahren gibt. Obwohl ja, würde ich sagen, irgendwie der allergrößte Teil der Frauen Opfer von Menschenhandel und von Zwangsprostitution sind. Aber, wenn ich das noch dazu sagen darf, es gibt ja noch eine zweite Ausbeutung. Also sie werden einerseits von den Zuhältern ausgebeutet. Sie werden aber dann, wenn sie hier sind, von den Bordellbesitzern ausgebeutet. Von den Betreibern und von den Betreiberinnen. Und auch da finden ja, finde ich, oder so erlebe ich das, Straftaten statt. Man hat es so deutlich gesehen bei Corona. Wir haben jetzt ein Prostituierenschutzgesetz, das ja eigentlich vorschreibt, die Frauen brauchen einen privaten Wohnraum. Die dürfen nicht in dem Zimmer, in dem sie den Freiern zur Verfügung stehen, müssen auch wohnen. Also auch der Metzger schläft nicht in der Metzgerei. Der Bäcker schläft nicht irgendwie in seiner Backstube. Und auch Prostituierte haben ein Recht darauf, außerhalb ihres sogenannten Arbeitsortes leben zu können. Das steht im Gesetz. Die Betreiber halten sich da null dran. Eigentlich könnte man sagen, jeder Betreiber, der eine Frau ein Zimmer vermietet, die nicht über einen eigenen Wohnraum verfügt, verstößt gegen eine Regelung. Und wer gegen Regelungen verstößt, dem könnte die Erlaubnis, ein Bordell zu führen, entzogen werden. Das findet aber gar nicht statt. Also die Gewalt, die ihnen von den Zuhältern angetan wird, wird nicht geahndet. Die Gewalt, die ihnen hier in dieser legalisierten Prostitutionswirtschaft angetan hat, wird auch nicht geahndet. Wenn man denkt, das ist ein kleines Zimmer, da zahlen die Frauen 180 Euro Miete am Tag in 30 Euro stritten. Das ist unglaublich viel Gewalt und von Druck, der da von Bordellbetreibern aufgebaut wird. Ich kann vielleicht noch ganz kurz dazu ergänzen, wie die Frau Konstab es sagt. Die Frauen haben unglaubliche Zwänge an Fixkosten. Einfach weil die Tagesmieten unglaublich hoch sind, zwischen 100 und 150, 180 Euro am Tag für einen Platz im Bordell. Dann muss die Frau noch die Werbungskosten bezahlen im Internet und so weiter. Da gibt es auch Firmen, die hier ganz gute Gewinne machen. Und im Durchschnitt braucht eine Frau drei bis sechs Freier am Tag, um nur die Unkosten am Tag, dass sie auf null kommt, zu erwirtschaften. Und dann ist in aller Regel noch der Zuhälter da, der möchte auch seinen Anteil und dann die eigene Lebenshaltung. Das heißt, unter welchen Zwängen diese Frauen sind. Und dann wird aber zum Teil argumentiert, die Forderung, die Gott sei Dank im Gesetz von 2016 reingekommen ist, dass die Frauen ein eigenes Zimmer brauchen für den Rest am Privatleben, dass sie nicht in dem Zimmer schlafen müssen, wo sie am Tag die Freier bedienen. Das wäre ein falscher Weg, weil das legt den Frauen noch weitere Kosten auf. Das können sich die Frauen nicht mehr leisten. Und solche Argumente überzeugen mich in keiner Weise. Weil niemand prangert dann an, diese hohen Nebenkosten, wenn die Zimmerpreise für das Bordell entsprechend niedriger wären, wie auf dem regulären Mietmarkt. Dann könnte sich jede Frau auch noch ein privates Zimmer leisten. Das ist die richtige Lösung, hier die Preise zu drücken. Aber das ist auch gesetzlich ganz, ganz schwierig, hier die Mietpreise für Bordellzimmer zu limitieren. Ich wollte gerade einmal bei Sabine noch was nachfragen. Und zwar hattest du ja jetzt bei der Frau, die die Anzeige erstattet hat, von einer extremen Gewaltandrohung erzählt. Und was ich von dir auch öfter gehört habe, ist aber eher Druck, der in so einem Graubereich liegt, der auch gar nicht strafbar ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass du mir einmal erzählt hast von einer Frau, der von der Familie zu Hause gesagt wurde, du darfst deine Kinder erst wieder sehen, wenn du so und so viel Geld nach Hause geschickt hast. Also kannst du davon nochmal ein bisschen erzählen, weil ich finde das so wichtig, weil ich den Eindruck habe, alle sind sich einig, dass eine Frau, die geschlagen wird oder mit Gewalt bedroht wird, dass das ganz schlimm ist und dass wir das auch auf gar keinen Fall erlauben dürfen. Aber der ganze andere Druck, unter dem die Frauen stehen, auch der Armutsdruck, der ja da ist, der wird ja oft nicht so gesehen. Ja, weil die Frauen eben in sehr patriarchalen Gesellschaften leben, in kollektivistischen Gesellschaften, wo es eben darum geht, irgendwie die Gruppe muss überleben und das einzelne Familienmitglied ist nicht so wichtig. Also wir sind eine sehr individualistische Gesellschaft. Bei uns geht es darum, irgendwie sich selbst zu entfalten. Die südosteuropäischen Länder sind eher kollektivistisch. Da geht es um diesen Familienzusammenhalt oder das Überleben der Familie und in diesem System ist eine junge Frau verzichtbar. Es gibt ganz viele. Es gibt viele Schwestern, es gibt viele Cousinen, es gibt viele Töchter. Und wenn eine von diesen jungen Frauen irgendwie in die Prostitution geschickt wird, dann telefoniert die Familie und sagt irgendwie, schick Geld, schick Geld. Viele der Frauen in der Prostitution haben ja Kinder. Die kriegen das erste Kind mit 14, mit 15 Jahren. Ganz, ganz viele von diesen jungen Müttern. Und diese Kinder bleiben in der Herkunftsfamilie, werden da in dem System großgezogen. Und dann werden die angerufen und dann wird gesagt irgendwie, ja, dein Kind kann nicht in die Schule gehen irgendwie, wir haben kein Geld für Schulbücher. Dein Kind kann nicht zum Arzt gehen, wir haben kein Geld für den Bus. Dein Kind irgendwie hat nichts mehr zu essen. Und die Schuhe sind zu klein und die Jacke passt nicht und jetzt ist es kalt und dein Kind hat nichts zum Anziehen. Und die Frauen schicken und schicken und schicken Geld. Und bis die dann merken, dass das alles gar nicht wahr ist, dass dieses Geld nämlich versoffen wird, dass es verfeiert wird irgendwie, dass es irgendwelche Typen sich da von Autos kaufen, das dauert eine ganze Zeit, bis Frauen anfangen zu sagen, aber ich habe doch jetzt erst letzte Woche 100 Euro geschickt. Und 100 Euro in Rumänien ist jetzt nicht so wenig. Und ich habe mit Mädchen oder mit jungen Frauen geredet, die haben geheult. Die haben gesagt, ich kann nicht mehr. Wenn so eine, wie der Herr Sporre erzählt hat, so eine 1,50, 45 Kilo schwere Frau 10 Mal, 15 Mal am Tag irgendwie penetriert wird, dann hat die Schmerzen. Das gibt innere Prellungen, das tut weh. Also das ist kein, das ist eine richtig harte Geschichte irgendwie, die die Frauen haben. Und sie halten es nicht lange aus und sie möchten nach Hause und sie sagen, ich kann nicht mehr. Und da kommt der Druck von zu Hause, der so hart ist, dass die Frauen wirklich erst dann wieder nach Hause fahren dürfen oder entlassen sind, dann, wenn sie überhaupt nicht mehr vermarktbar sind. Also wenn sie nur noch heulen, kein Freier mehr kommt, wenn sie kein Geld mehr verdienen, wenn sie anfangen, Alkohol zu nehmen, wenn sie Tabletten nehmen, um diese Schmerzen auszuhalten, dann werden sie ausgetauscht und dann kommt halt die Schwester. Honja. Ja genau, also ich wollte jetzt auch noch dazu ergänzend sagen, ja es gibt ja immer so die Idee der Pro-Prostitutions-Vertreterinnen, dass sie auch sagen, ja natürlich, also es darf kein Menschenhandel geben und keine Zwangsprostitution, aber neben den ganzen Beispielen, die wir jetzt hier schon gehört haben, da ist es auch so, dass eben viele Betroffene das auch gar nicht so richtig erkennen können. Also ich habe Freier kennengelernt, die WG-Zimmer vermieten und dann kommt es auch so, naja und ich kann dir auch Männer dann raussuchen und ich helfe dir und das geht aber, ja, also wenn man die kontrolliert hätte, die entsprechenden Freier wären nie irgendwie wegen Menschenhandel vor Gericht gelandet und dann ist es auch noch so, dass sich natürlich mit diesen gesetzlichen Regulierungsversuchen sich da auch immer dann schön rausgeredet werden kann, dass gesagt werden kann, naja, also die Frauen, die eben wirklich Opfer von Menschenhandel sind, die können sich ja Hilfe holen, theoretisch. So und damit werden eben die Frauen im Stich gelassen, die zum Beispiel, die, um das zu kompensieren, trinken, Drogen nehmen, dadurch dann einen Beschaffungsdruck wieder entsteht und ja, also mit regulierenden Gesetzen, es kann trotzdem nie eine saubere Prostitution geben. Ronja, du engagierst dich, wir haben es schon gesagt, im Netzwerk Ella. Was macht ihr dort? Wie arbeitet ihr? Was ist euer Ziel? Ja, genau, also das Netzwerk hat ja Huschgemau gegründet, die es sicherlich vielen ein Begriff ist, da sie eben gemerkt hat, dass es ihr sehr, sehr, und uns jetzt, also ja, es ist eben wichtig, dass wir wirklich auch einen Raum haben, in dem wir nur unter Nunz sind, das heißt, wir haben Betroffene, die raus aus der Prostitution sind, teilweise schon lange Jahre, manche frisch, und wir haben aber eben auch Frauen, die sogar noch in der Prostitution sind, aber eben trotzdem das Ganze eben als Gewaltsystem sehen und das nordische Modell wollen. Und was wir machen, ist natürlich, dass wir eine Anlaufstelle sind und wir sammeln eben auch Spenden. Wir haben jetzt eben vor kurzem, hat Huschgemau geschafft, auch eine Frau in München aus der Haft zu holen, die wegen Verstoß gegen das Corona-Prostitutionsverbot dort dann in Haft saß. Und das haben wir geleistet durch die Spenden, nicht der Staat, der da irgendwie geholfen hatte. Und ja, solange das leider noch notwendig ist, sind wir eben da für die Frauen, die in Not sind. Wir bemühen uns, nach Kräften zu beraten, auch gerne an Tisters dann weiter zu vermitteln und auch eben die politische Aufklärung zu leisten. Und da ist zum Beispiel mir auch sehr wichtig, dass wir eben verdeutlichen, was eben die Prostitution, also die legalisierte Prostitution auch in der Gesellschaft für das Verhältnis der Geschlechter bedeutet. Also das ist uns auch eben ganz wichtig, da auch die Frauen, die vielleicht wirklich auch ein romantisiertes Bild der Prostitution haben, das ja mal ein Weilen lang in Medien auch kursiert ist, dass wir denen auch sagen können, hier, ich habe es gemacht und so ist es wirklich. Und ihr seid ja auch für das sogenannte nordische Modell. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich gerne an alle die Frage richten, warum für das nordische Modell und das gleich auch nochmal mit einem Argument versehen, das oft gegen diese freie Bestrafung angeführt wird, nämlich, wenn wir es verbieten, und man verbietet ja lediglich den Kauf, aber dennoch, also wenn wir den Kauf verbieten von Frauen, dann rutscht das Ganze in die Illegalität und das macht es ja für die Frauen in der Prostitution nur noch schlimmer, wir können sie dann nicht mehr erreichen. An alle die Frage, warum seid ihr für das nordische Modell und was entgegnet ihr diesem Argument? Ja, also aus Betroffenensicht kann ich da natürlich sagen, dass wir eben auch sehr begrüßen, dass in diesem Modell eben die Prostitutionstätigkeit eben selbst nicht kriminalisiert ist, denn es gibt eben eine Menge Frauen, die auch aus rein psychischen Gründen gar nicht so schnell raus können, selbst wenn sie wollen. Also wir haben auch eine Menge Betroffene, die echten Leidensdruck haben, weil sie rein aus einer Selbstbestrafung heraus doch wieder sich dazu hingezogen fühlen und das kann manchmal gar nicht so schnell gehen, da braucht es eben Therapien auch und genau deswegen auch das nordische Modell, dass eben Ausstiegshilfen zugänglich sind, also Wohnraum, eine Grundsicherung, eine medizinische Versorgung, Traumatherapien und die freie Bestrafung ist eben deswegen ganz, ganz wichtig, weil ich denke, dass wir nur so eben das gesellschaftliche Numdenken hinbekommen, dass eben Frauen nicht zu kaufen sein sollen und zu dem Punkt, dass doch dann, ja also quasi das noch gefährlicher werden würde, also die meisten Freier, die ich in meinem Leben hatte, die haben sich auch darum schon überhaupt nicht geshared und es gibt ja, also man braucht ja nur mal Freier-Forum googeln und da sieht man, dass es ja eh schon diesen ganz, ganz großen Markt gibt, der unter der Spitze der legalen Prostitution stattfindet und ganz im Gegenteil, also im nordischen Modell hat ja eben auch zum Beispiel Schweden gezeigt, dass die Frauen dann auch die Sicherheit haben, okay, wenn sie von Freier bestohlen werden, nicht bezahlt werden, dann haben sie auch das Recht, sich an die Behörden zu wenden und das macht es sogar sicherer. Also von daher, ja, sehen wir eben das als die Variante, die für uns Betroffenen nur infrage kommen kann. Danke. Helmut. Die Befürchtung, abdriften ins Dunkelfeld, in die Illegalität, das kann ich vorwegnehmen, ist für mich nicht überzeugend und für mich ein Scheinargument. Und das impliziert gleichzeitig die Vorstellung, dass es einen Bereich der sauberen, legalen, sicheren Prostitution gibt und auf der anderen Seite einen dunklen Bereich, wo in dem Straftaten passieren. Dem ist aus meiner Erfahrung heraus nicht so. In den meisten Fällen ist Prostitution und Menschenhandel, Zwang, Ausbeutung gehört zusammen und ist in einem Satz zu nennen. Als Beispiel kann ich sagen, den Fall um die Ermittlungen in Stuttgart, um das große Partei Paradise, das ist Ihnen sicherlich bekannt. Das war bis zur Entdeckung, bis zur Verurteilung oder Überführung ein sogenannter Musterbetrieb mit sozialen Aspekten und so weiter. Und erst die Aufdeckung der Warenverhältnisse hat gezeigt, dass es eben mit schwerer und organisierter Kriminalität behaftet ist. Und es ist davon auszugehen, dass es in vielen anderen Parteien genauso ist. Es ist natürlich sehr schwierig, das Ganze immer beweiskräftig festzustellen. Und was ist mit dem Dunkelfeld gemeint? Auch in die Illegalität. Ronny hat gesagt, also die Frau wurde deswegen nicht illegal, sondern nur der Freie würde sie strafbar machen. Und ein Dunkelfeld in der Form, dass oftmals von Gegnern des nordischen Modells propagiert wird, das gibt es meiner Ansicht nach nicht. Denn die Prostitution braucht immer eine gewisse Öffentlichkeit, damit der Freier, der Kunde auch weiß, wo er hin muss. Und wenn es der Freier weiß, weiß es die Polizei auch und kann entsprechend vorgehen. Und deshalb ist das Argument in meinen Augen nicht durchgängig. Vielmehr gibt es aber bereits jetzt ein Dunkelfeld in den legalen Bordellen. Das wird leider sehr wenig thematisiert, wie ich es bereits gesagt habe. Die legalen Bordelle sind in aller Regel sehr häufig bestückt mit Frauen, die Opfer sind, die typische Opferkriterien aufweisen. Und die Polizei weiß das, die Behörden. Aber ohne Aussage kann man praktisch kein Verfahren initiieren, kann man das Ganze nicht beenden und sanktionieren. Und das bezeichne ich als Dunkelfeld. Man sieht, die Frauen arbeiten dort und man kann ihnen nicht helfen, solange die Frauen aus ihrer Sicht verständlichen Gründen keine Aussage treffen, weil sie Angst haben. Das ist das wahre Dunkelfeld und das gilt jetzt zu beenden. Und ich meine insgesamt, wir haben starre Faktoren und auch eine weitere konservative Reform wird die Verhältnisse nicht grundlegend ändern. Darum muss man versuchen, die Deutschland unattraktiver zu machen, insgesamt für die Profiteure. Das sind nicht nur die Schlepper und Schleuser, auch die Bordellbetreiber, die Werbefirmen und nicht zuletzt die Freier, die auch von diesem riesigen Markt profitieren. Und dazu ist das nordische Modell am besten geeignet, dass man die Zahlen an Plätzen, an Prostituierten und somit auch an Opfern massiv reduziert. Vielen Dank. Sabine, dir gehört das Schlusswort. Das Schlusswort. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir Prostitution irgendwie überstanden haben. Prostitution ist Gewalt, Prostitution ist Ausbeutung, Prostitution zerstört. Es zerstört nicht nur die Frauen, die in der Prostitution leben müssen, es zerstört die Freier irgendwie, die alles irgendwie an Grenzen verlieren, wenn sie diese Frauen ausbeuten. Sie zerstört Familien, sie verhindert Gleichberechtigung. Prostitution ist durch und durch zerstörerisch für alle. Und deshalb müssen wir das überwinden. Vielen lieben Dank. Ganz lieben Dank. Dann haben wir jetzt eine Stunde Mittagspause. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es heute Abend wieder Führungen gibt und auch Projektionen des Films über die Pionierinnen im Gewölbe. Die Führung bei der wunderbaren Ex-Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Bitte melden Sie sich dafür da vorne bei der blond gelockten großen Dame, die meine Kollegin Annette Keller ist, an. 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 An.